wer im glashaus sitzt ja den spruch den kennt doch jeder ja ich hab mal wieder hier eine tolle benachrichtigung bekommen von youtube mal wieder ein strike das passiert ja in letzter zeit fast täglich also gut ist es jetzt übertrieben aber es kommt sehr häufig vor ja worum geht es denn hier martin und die liebe teil zwei seine neue traumfrau ja und dem es vielleicht auffällt da wird nur martin erwähnt im titel dass es kann einfach jeder martin sein auf der ganzen welt und auch der name martin fällt nicht ein einziges mal in dem video jetzt kann also jeder der martin heißt auf der ganzen welt sich deswegen beleidigt fühlen oder gemobbt fühlen und deswegen eine beschwerde anlegen bei youtube und dann wird das video gelöscht und bekommt einen strike witzig ja ja wen diese politik abfuckt auf youtube ja für den gibt es ja alternativen zum beispiel witmi ja ich konnte jetzt endlich meinen kanal verifizieren und ich denke dass auch früher oder später mit mir die funktion einführen wird live streaming dort zu betreiben das ja wenn ich dann doch eventuell in anspruch nehmen ja mal gucken wie es weitergeht ich werde so lange wie möglich noch auf youtube bleiben als erstes wird jetzt wahrscheinlich mein hauptkanal dran glauben ja könnt ihr aber trotzdem weiterhin durch abos unterstützen ja das zeigt mir dann auch eure solidarität ja unterstützt auch meine anderen kanäle let's play and talk live let's play and talk gaming und let's play and talk notfall kanal ja ja weil man weiß ja nie welcher kanal als nächstes strike wird dann weiß ich nie wo mache ich jetzt meine sendung als nächstes deswegen am besten alle kanäle abonnieren dann kriegt auch immer der benachrichtigung und glocke betätigen um neben dem abo nicht vergessen ja das war nur so ein kleines mitteilungsvideo hier und dann sehen wir zunächst wieder bis dann